Der Kampf im Halbwäldergewicht Nikola Nikolaus Der Kampf im Halbwäldergewicht 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 In der blauen Ecke vom märkischen Box-Rekam, Nikola Nikolov. Nikola bestritt bisher 60 Kämpfe, von denen er 50 gewinnen konnte. Er ist der bulgarische Vizemeister des Jahres 2011 und Mitglied der bulgarischen Nationalmannschaft. In der blauen Ecke für den märkischen Box-Rekam Nikola Nikolov. Ring frei, Runde 3. Kommerich! Halleluja! Ring 블� Cheers! Ring сказать, Jackette! Ringante 4jukus! Stopp! Haul! Ho! Vielen Dank. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Komm, Erich! Komm! Hups! Und weiter! Ja, Erich! Komm, Erich! Ja! Erich! 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 Komm! 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 Hände! Hände! Woh! Erich! Erweiter! 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 Ui! envelop! Elrondack? Ui! I! Coup! Blick! Rutsch! Weiter, weiter! Zweiter Angriff! Rutsch! Rutsch! Ja! Weiter, weiter! Beine, weiter! Weiter! Auf! Rutsch! 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 Ja! Weiter! Rutsch! 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 Nach diesem Kampf machen wir eine Pause für etwa 10 Minuten. Rutsch! 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 Und hier das Ergebnis des Kampfes im Halbbildergewicht. Siegen erfunden vom Märkischen Boxstreker Nikola Nikolaou. Rutsch! 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 Rutsch!